Also hört zu, dass ihr nur eure Arbeit macht, wird in Zukunft nicht mehr genügen. Klar? Ihr müsst sie gut machen, sonst können wir nicht bestehen. Lenny! Todesfälle dürfen ein akzeptables Maß nicht überschreiten. Freiwillige vor. Alle zwei Wochen neues Schild oder was? Leider hat heute niemand mehr einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Aber Arbeit ist genug da, für uns alle. Wenn wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen wollen... Krankengeld? Nein, wie gesagt, wenn Sie nichts arbeiten können, dann bezahlen wir auch nichts. So einfach ist das. Da oben ist ein Zug entgleist, verdammt nochmal. Ich will, dass ihr da hinfahrt und den gesamten Schaden auflistet. Oh Mann, an der Arbeit! Wenn ihr alle anpackt, ist das ein Kinderspiel. Vorsicht, da kommt einer! Macht schon, und Augen auf! Weg runter vom Gleis, komm! Die wollen uns loswerden. Die bringen uns in eine Position, in der wir gar keine Wahl mehr haben. Warum können wir hier nicht zusammenbleiben? Zusammenhalten! Meine Familie, tut mir leid. Es ist die Frage, wie ist man effizient? Effizient? Scheiß-effizient! Du und deine verdammte Stechuhe! Ich zieh dir deine Defizur in den Arm! Warte mal, blöd Mann! Hey, wisst ihr, warum der in der Scheißverwaltung hockt? Weil er den Gleis nur Scheiße gebaut hat! Der erste Teil, der in der rage ist, wird in der Scheißverwaltung hockt. Also hört zu, dass ihr nur eure Arbeit macht, wird in Zukunft nicht mehr genügen, klar? Ihr müsst sie gut machen, sonst können wir nicht bestehen. Lenny! Lenny! Renny, da ist Lenny! Todesfälle dürfen ein akzeptables Maß nicht überschreiben. Du hast selber stehen! Freiwillige vor! Die eigentlichen von uns! Jetzt alle zwei Wochen ein neues Schild, oder was? Leider hat heute niemand mehr einen Arbeitsplatz auf Lebenszeit. Aber Arbeit ist genug da. Für uns alle. Wenn wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen wollen... Krankengeld? Nein, wie gesagt, wenn Sie nichts arbeiten können, dann bezahlen wir auch nichts. So einfach ist das. Da oben ist ein Zugentgleis, verdammt nochmal. Ich will, dass ihr dahin fahrt und den gesamten Schaden auflistet. Oh Mann, an der Arbeit! Wenn ihr alle anpackt, ist das ein Kinderspiel. Vorsicht, da kommt einer! Macht schon, gute Augen auf! Weg runter vom Gleis, komm! Die wollen uns loswerden. Die bringen uns in eine Position, in der wir gar keine Wahl mehr haben. Warum können wir hier nicht zusammenbleiben? Zusammenhalten! Meine Familie, tut mir leid. Es ist die Frage, wie ist man effizient? Effizient? Scheiß-effizient! Du und deine verdammte Stechuhe! Ich zieh dir deine Defizur in den Arsch! Mach doch auch blöd, Mann! Hey! Wisst ihr, warum der in der Scheißverwaltung hockt? Weil er den Gleis nur Scheiße gebaut hat! abb신 einen Scheißverwaltung! Ich zieh dir deine sandwiches, opp din und sie mit dir neidisch! Im Teining weak, ist unsere leid, nur du dich verschieden! Untertitelung des ZDF, 2020